jetzt auch jetzt wieder hallo und willkommen wieder zurück zu fortnite battle royale mit mir und ja ich habe die letzte aufnahme gekartet bevor das video zu lang wird weil wir haben da schon nämlich schon eine halbe stunde wieder mal erreicht bei den gesamten runden hier abgehen bei fortnite battle royale und deswegen dachte ich mal schön machen wir mal hier ein paar kratz rein dann haben wir natürlich eine schöne unterhaltungsspinne spannen natürlich mit fortnite videos auch wieder auch jetzt wenn sie 30 minuten lang sind aber ich hoffe mal das wird nicht so schlimm für euch werden da ist kein jemand disconnected nichts dagegen sagt schon tätig und ich denke mir so das land aber bestimmt sehr viele ich würde aber raten nicht das dach zu nehmen das schaffen also doch 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 das schaffen wir noch soweit es zählt jetzt auch noch nicht weg auch wenn ich jetzt gerade eben die gebäude ein bisschen ganz komisch gesehen habe auf dem dach gibt es erste falls nicht da drauf landen die auf dem dach hat gegner eine kiste gelootet hat der nix da war irgendwie nicht blöder start was ja also ich dachte schon jetzt nicht ready oder was so gut was ist hier noch schon wieder da so los hier im hofen machen wir mal das bild wieder größer so wieder viel besser wer mal schönes vollbild hier echt dass ich das immer wieder sein stellen muss immer und ich schieß nur auf den kopf wo soll man landen nach was sie sagt ist ja dass die ich mich mal markiert im depot oder jetzt quasi dauern ach so dann direkt dabei im weltraum einschlag einer zieht schon quasi nein am depot ist eine kiste nein die hat schon jemand ich kann da nicht ich gehe da nicht hin ich mache einen anderen weg hier los hier los ist auch jetzt gerade jemand eine kiste ich muss waffe noch hatte seiten sturmgewehr wo bist du wo bist du scheiße der wollte mich gerade eben auch finischen sind da jetzt passiert was ist jetzt hier los hallo da kommt jemand rein und dann wieder raus steht übrigens auch teams wollte schon mal sagen hatte mal ich mache mir nicht bereit aber sonst kannst du ja jetzt im moment sein dass da noch zwei schau mal nach weil da kann der flicht ach ok ok gut mache ich so dann kriege ich auch noch von darauf und auch noch eine einladung beitreten so ist mir egal irgendwie ich glaube ich habe eine aufnahme klar mache ich eine aufnahme so nach sieht es aus gerade noch sieben minuten was noch so so jetzt mache ich das mal wieder größer hier ist das eine situation die mal was so oh so 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 das nehme ich kann bin aber ich muss morgen wieder kommen ja 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 das klingt gar nicht gut ach du scheiße wie hat sich tausend gegner könnten zu gefährlich auf dein dach landet übrigens ein nehmen dann das rote ich baue mich jetzt übrigens rein und direkt was ich finde ist eine kiste lol und ich muss in team modus dreimal schaffen unter platz 12 da gut zwei mal ist es schon passiert aber jetzt muss es nur noch das eine mal passieren hier wird gebaut hier wird gebaut also das warst du habe ihn runter geschossen pass auf er könnte jetzt irgendwo unten sein weil ich habe ihn eben unter der ist da reingegangen wahrscheinlich oder da kommt noch einer von rechts der wird jetzt quasi zu dem punkt wo du abgebaut hast okay ich habe munitionsmangel kannst ja voll sagen zählt schon das krisengewiet hier da ist keiner drin habe ich gesehen da ist aber dann heißt es dann dass da noch einer ist auf dem dach und da ist tatsächlich noch einer da ist ein schnischelobst ja benockt er hat mich gefinisht fahrer fahrer kennt das ist zwei hat ja komm auto in ehrlich aber wenigstens haben wir jetzt überlebt kann man ja genau sagen fächer sind immer noch gefährlichste das ist ja sogar im haus noch sicher jetzt mache ich das bildchen maria groß damit wir ja gute sicht haben würde eklig wirken noch jemand anders ist gerade beigetreten warum jetzt ausgerechnet und jetzt schon ja weg was ist denn er los die mitte Ah, Reptile. Ach, Ahn, Sherry! Reptile! Würde das sein, Christoph, wenn ich im Stream esse? Also, wenn ich jetzt in der Aufnahme esse? Hä, wenn wir Erster werden, das wird ne Sache für sich. Ach, das ist ja noch in der Aufnahme. Wie bitte? Das ist ja bestimmt so schlimm, wenn du krank bist, oder? Genau. Du warst doch einfach immer krank. Was war denn da? Oh, ist schon ein Tactical. Und ne Pumpgun. Und ne Kiste. Mit... Oh, ich hab Fernsünder. Die Cola ist weg! Was ist die Cola? Es steckt bloß nicht! Doch, doch, mag ich gleich. Nein, nein. Das wär ja scheiße. Oh, toll, wir sind sehr nah an der Sohn. Wir sind auf Flucht vor der Sohn! Wir sind auf Flucht vor der Sohn! Wir sind auf Flucht vor der Sohn! 3D Fresh vs. Halo Pizza. Ich kann mich nicht den. Wir sind noch. 3D Fresh ist die Geiler. Garnatmm, ehrlich. Verhalten runter Pizza audience kann ich es nicht mal. so viel hier ist noch eine pump gun und hier ist eine kiste unter dem silo also ehrlich silos und hier ist ein jähriger in vier gehen da jetzt noch drauf ich habe ja nicht danke für den mut wie so jannik das haben wir noch ich weiß aber wieso ist es von jannik ja 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 das ist ein witziger ehrlich oder liegt das einfach nur an den namen wenn er zu sagt dann ist es dann so für euch eine menge bücher also ich vertraue die gesamten hier nicht ich habe zwar nur granaten und punkten nur schrotflinten und granaten ich habe eine und eine tecnic würde aber sehr viel würde aber was hat teuer werden mit wahrscheinlich unter 30 euro oder vielleicht mit 20 ich habe nämlich noch gar keine pistole dann lasse ich die normalen granaten hier ich komme okay hol ich ja kann ich ja gar nicht so genau sagen weil ich gerade fernse noch bei 200 ich könnte den tunnel mit fallen schicken ich bin da unten kommen wir jetzt hoch mein baum wurde wie z ich habe gerade eben drei runter geschmissen habe ich niedergestreckt habt ihr mit der bombe schön in die luft gejagt wenn da einer rund von unten kommt oh sorry habe es aus schweinig gehandelt er ist niedergestreckt achtung von oben ja super noch mehr offenbar wir sind auch noch mehr scheiße du bist gefinisht erstes noch der erste ist noch scheiße da hat mich wahrscheinlich er hatte aber nur noch vier ab also ich hätte fast gehabt wenn ich ihn getroffen hätte was denn also weil jemand abgebrochen hat so hier machen wir jetzt auch mal langsam wieder einen cut rein ja also haben wir bis zur nächsten folge fortnight battle royale ja